Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem, also es wird kein Unboxing, es wird einfach ein Video zum Echo. Ich wollte dazu eigentlich kein Video machen, den kriegt ihr euch mal nach unten. So, ich wollte eigentlich kein Video machen, ich habe ja schon heute gerade jetzt Odin was shoppen gemacht, den habe ich ja im Dezember bestellt, jetzt ist er eigentlich da, das ist der mit der Uhr. Den wollte ich gestern schon im Schlafzimmer machen und da wurde sich gewünscht, dass ich dazu doch ein Video mache, zu dem Echo mit Uhr, weil man sich den doch gerne mal angucken wollen würde und wie er aussieht und ja, habe ich gedacht, okay, ich mache es ein Video. Weil Unboxing lohnt sich jetzt nicht wirklich, weil es ist nicht wirklich was drin, also nur halt der Echo und der Stromkabel und ein bisschen Heft, mehr ist es nicht. Und ich muss schon sagen, ich war eigentlich eher nicht so der Fan von diesem hellen Echo, ich habe aber wie gesagt schon so einen Weißen im Flur und ich muss sagen, der Weiße sieht richtig edel aus, also hat was das helle, also ich fand eher eigentlich die dunkleren cooler. Meine Tochter hat so einen dunklen. So. Da haben wir dann einmal den Stromkabel, wir werden den doch gleich mal unter Strom setzen. Hallo. Hallo. Bonjour. Und dann hier halt die, ja, dass wir eine Box anschließen können und wie wir es mit der Alexa App machen können und alle Pipapo braucht man eigentlich nicht. Was haben wir hier noch? Wichtige Informationen haben wir ja auch noch. Braucht auch keinen Schwanz. So. Packen wir den mal kurz aus. So. So ein Gummiband drumrum. Zack. Der Kabel ist auch schön lang, also ihr könnt den schön gut verlegen. Und dann haben wir halt den Echo hier noch. Da müssen wir jetzt hier erstmal die Folie abmachen, damit wir den hier rausholen können. Da sind auch jetzt nicht viele Anschlüsse oder was wir jetzt irgendwie beachten müssen. Wir haben halt den Echo an sich. Von vorne. Hier ist dann der beleuchtete Ring rum und hier haben wir dann halt Plus. Hier ist das Minus. Hier haben wir Stummschalten. Das war, achso, das war, wenn wir in ein Kommando gehen wollen, ohne jetzt was zu sagen. Und dann haben wir hinten noch einen Klinkeranschluss. Um halt eine Box anzuschließen oder Anlage oder was weiß ich. Und dann einmal einen Stromanschluss. Der Fuß ist komplett Gummi. Also nicht nur einzelne Teile oder so. Die ganze Fläche ist Gummi, Anti-Rutsch. Das sieht man nicht. Ja, mit Aufprägung logischerweise. Der Kater schmeißt schon wieder irgendwas runter. Also ihr seht... Also ihr... Vielleicht seht ihr das, ja? Aber er bewegt sich keinen Zentimeter. Ich bewege den Tisch und ich drücke nicht mal runter. Ich mache nur vor zurück. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier Strom herkriegen am besten. Ach, ich habe doch hier noch nicht großartig Kabel verlegt. Ich muss mir auf jeden Fall einen Dreierverteiler dann nach oben verlegen, dass wir da immer rankommen. Ach, Mensch. So. Ach, hier haben wir ja noch. Hier haben wir ja noch. Ich habe ja Gott sei Dank noch nicht alles angeschlossen. Von daher ist hier noch ein Verteiler frei. Ich habe den natürlich über mein eigenes Konto bei Amazon bestellt. Dadurch ist der jetzt, ohne dass ich den bis jetzt schon mal anhatte, schon in Alexa verfügbar. Wartet mal, zeige ich euch. Weil viele gefragt haben wegen Einstellungen und so, dass man die dann bei sich in sein Amazon Konto macht. Da ich den jetzt, Geräte, 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 Einstellungen, Geräte, so. Da ist er. Der heißt auch von Anfang an Odins Echo dort, weil mein Konto Odin heißt. Der war noch nicht einmal an, aber er ist schon in meinem Netzwerk drin, weil ich ihn halt über mein Konto direkt bei Amazon gekauft habe. Ist er natürlich in dem Umblick, wo er verschickt wurde, weil der hat ja auch eine Seriennummer und so was alles, ist er dann automatisch bei Amazon verbucht worden, dass er raus ist und war dann automatisch in meiner App drin, ohne dass ich irgendwas einrichten musste. Jetzt machen wir den einfach mal hier an den Strom ran. Jetzt ist er am Strom. Jetzt leuchtet der Blau immer ein bisschen Lila. Ich richte euch mal noch ein Stück nach unten. Er richtet jetzt halt ein. Wir müssen jetzt kurz warten. Er geht halt an. Jetzt ist es schon so ein dunkleres Blau und Aqua außenrum. Über die Kamera kommen die Farben halt nicht so gut rüber, wie sie eigentlich sind. Jetzt sage ich gelb. Und er geht an. Hallo. Dein Gerät kann jetzt eingerichtet werden. Lade dazu die Alexa App runter und folge den Anweisungen. Hallo. Dein Gerät ist bereit für die Konfiguration. Telecharge die App Alexa und folge die Instruktionen. Ciao. Der dispositiv ist bereit für die Konfiguration. Deskarte die App Alexa und seh die Instruktionen. Jetzt gehe ich in die Alexa App. Der dispositiv ist bereit für die Konfiguration. Deskarte die App Alexa und folge die Instruktionen. Bring dein Gerät online. Just a moment. Ich verbinde dein Gerät. Bitte hab einen Moment Geduld. Konnexion de votre Appareil. Ich hab noch nichts gemacht. Ich hab nur die Alexa App geöffnet. Ich bin in der Alexa App. Ich mach den extra langsam jetzt für euch. Jetzt hab ich's nicht verstanden. Alexa? Echo? Ach der hat ja noch kein Kommando. So Gerät hinzufügen. Listen. Ich hab auch meine Brille gerade nicht auf. So. Na. Einstellungen. Geräteeinstellungen. So. Jetzt hab ich hier einfach auf Odins Echo Dot. Den Namen möchte ich so lassen. Ich möchte nicht als Stereo Paar benutzen. Kommunikation ist aktiviert. Zeitzone wird geändert. Europa. Und dann nehmen wir Berlin. Berlin. Auch in der Zeitzone. Maßeinheit. Kilometer. Gerät ist offline. Gerät hinzufügen. Ich muss doch einzeln nochmal sagen, dass ich's hinzufügen will. Amazon Echo. Echo Plus. Echo Dot. So. Jetzt bin ich halt. Warte mal. Ich geh nochmal zurück. Dass ihr das sehen könnt. Ich hab gedacht, beim letzten brauchte ich gar nichts machen. So. Der war gleich verbunden. Deswegen wundert mich das jetzt hier ein bisschen. Gerät hinzufügen. Also. In der Alexa App. Oben auf Geräte. Einstellungen. Gerät hinzufügen. Dann ist es hier der oberste Punkt bei mir. Jetzt ein Echo Gerät möchte ich hinzufügen. Ich will jetzt hier den Echo Dot aus. Dann sagt er mir halt die erste Generation. Oder die zweite Generation. So. Muss ich nochmal machen. Ich hab mir das verdrückt. So. Echo Dot. Und dann habe ich hier die dritte Generation. Und meine ist ja mit Uhr. So. Zack. Ja. Jetzt muss ich Bluetooth anmachen. Zack. Bluetooth ist an. So. Echo Dot. Ihr hört schon, dass da gerade was vom Ton her passiert. Ich mach das mal ein Stück rüber, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So. Und dann sind wir jetzt hier auch schon bei unserem Echo Dot. Ne. Wir sind gerade in den WLAN Einstellungen. Moment. Ich muss erstmal mein WLAN Netz auswählen. Also ich hab jetzt mein WLAN Netz ausgewählt. Ich muss jetzt halt noch wahrscheinlich ein Passwort eingeben. Oder auch nicht. Der Echo Dot wird mit LAN verbunden. Jetzt seht ihr hier. Schon blau. Schon ist er fertig. Ist komplett eingerichtet. Dein Echo ist bereit. Hör weiter. Und dann haben wir hier noch Wissenswertes. Äh. Erstens. Aha. Also der Wecker wird in den Schlummer-Modus versetzt, wenn sie einmal drauf tippen. Diese Funktion nur, wenn das Mikrofon nicht stumm geschalten ist. So. Ich brauche nur immer drauf tippen. Und dann hört er halt, dass ich drauf tippt habe. Und dadurch erkennt er das. Und dann macht er schon mal Timer-Anzeigen. Ist da. Und Wecker-Anzeigen. Achso. Wir haben hier Punkte. Also das ist jetzt die Uhr. Und wenn hier oben noch ein Punkt ist, ist ein Timer gesetzt. Und wenn hier unten ein Punkt ist, dann ist der Wecker gestellt. So. Timer Wecker. Und das ist dann da bei den Punkten. Seht ihr das? So. Weiter. Ähm. Jetzt fragt er mich natürlich, in welchem Raum ich den Echo haben möchte. Natürlich im Schlafzimmer. Schlafzimmer. Weiter. Mich fragt er deswegen, weil ich verschiedene Szenen habe. Also verschiedene Geräte im Schlafzimmer angeschlossen. Und hier halt eine Szene, die heißt Schlafzimmer. Also ich kann nur sagen, Schlafzimmer an. Dann macht er alles an, was im Schlafzimmer ist. So. Und jetzt können wir hier eigentlich hier oben. Und dann gehen wir auf Einstellungen. Dann gehen wir Geräte. Hier. Und da suchen wir uns jetzt den Echo. Das sind die Schalter. Das ist das. Das ist das. Dot Flur. Da. Und da können wir jetzt hier die Lautstärke einstellen. Ja. Also ich lasse ihn jetzt nochmal 40%. Bluetooth-Geräte. Ich kann mein Bluetooth so wieder ausmachen. So. Mal Nachrichten wegmachen. So. Dann zeigt er mir WLAN an. Mit welchen WLAN ich verbunden bin. Lautsprecher ändern. Ja. Und da können wir dann halt sagen, integrierten. Oder halt indem wir ein paar Bluetooth angeschlossen haben. Für mich reicht der integrierte komplett aus. Weil ich werde keinen anschließen daran. Man kann auch wenn man mehrere Echos hat. Die miteinander verbinden. Und hat dann praktisch ein Stereopaar. So. Warte mal. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Ich habe meine Laserbrille irgendwie auf. LED-Anzeige. So. Dann haben wir hier die Anzeige. Helligkeit. So. Ich mache mal aus. Jetzt ist die LED aus. Das ist jetzt halt nur bei dem Echo mit der Uhr. Zack. An. Und jetzt. Ich habe jetzt gerade mal 100% gemacht. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Dann zeigt er halt hier auch die Helligkeit an. Mit einer Zahl. Und ihr seht. 3. Dann machen wir mal auf 50. Na fast 60%. Und wenn wir jetzt 100 haben, ist er halt ziemlich hell. Aber ich möchte den ja nicht so hell haben. Weil ich will ja da auch schlafen. Also machen wir auf 70%. Also ich habe jetzt 71. Ich mache mal doch 60%. So. Da ist er nicht zu hell. Nicht zu dunkel. Adapterhelligkeit. So. Die Helligkeit des Displays passt sich automatisch dem Umgebungslicht an. Ah. Das lassen wir mal an. Dann passt sich das an. So. 24 Stunden. Wir können auch jetzt sagen. Zack. Und dann steht halt nur 4 Uhr anstatt 16 Uhr. Zack. So. Äh. Stereo Paar Echo Fernbedienung haben wir nicht. LED Anzeige. Tippen. Tippen. Gesten habe ich an. Töne. Da kann man dann halt hier die Lautstärke einstellen. Wecker immer mit Lautstärke. Na dann machen wir den Wecker mal hier schön immer hoch. Und zack. Immer mit zunehmender Lautstärke. Ne wollen wir nicht. Naja doch. Können wir ja mal testen. So. Dann haben wir halt hier so die Weckeinstellung. Da können wir die Lautstärke vom Wecker direkt einstellen. Wir können sagen. Zunehmend. Immer zunehmend. Und halt haben wir den ganzen Wecker Setup Assistent und so weiter. Dann können wir hier Wecker. Da können wir dann halt. Die Töne. Die Töne. Das ist nostalgievoll, wenn ihr gerne hört. So hört sich beim Echo, äh ne beim Feiertiv, Cube an, wenn ein Anruferin kommt. Ich finde das eigentlich ganz gut hier. Das... Ich würde das lassen. Das hört sich nicht so nervig an. Anfangstöne, starte mit Anfangstönen, Ende, zack. Also dass er dann am Anfang einen Ton macht, als wenn er einen Sprachkommando hat, denke ich mal. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir können den jetzt auch umbenennen. Beim Umbenennen müsst ihr aber auf einen jetzt aufpassen. Also ihr müsst alles anhaben, wenn ihr noch andere Alexa-Geräte habt. Zeitzone Berlin haben wir drinne, Aktivierungswort. Jetzt sind wir hier beim Aktivierungswort. Ja, ich will den ja... Echo? Alexa? Okay, Erregel geht momentan auf Alexa. Da bin ich mir leider nicht sicher. Das ist eine Nachricht. Jetzt leuchtet das so grünlich. Bei dem anderen, den ich habe, leuchtet es eher gelblich. Ich muss gerade mal gucken, wo das jetzt hier war, mit dem LED, bitte nicht stören, ist aus. Kommunikation ist aktiviert, meine Straße braucht er nicht sehen. Aktivierungswort. Das ist das Aktivierungswort, aber ich kann es halt leider nicht ändern. Meine Nachrichten? Heute hast du keine Nachrichten. Geh zur... Meine Benachrichtigungen? Eine neue Benachrichtigung von Amazon Shopping. Happy Cherry Baby Spielanzug, Nachtwäsche, junge Mädchenstrampler, Winter Baby Pyjama One Piece, Unisex Kostümkarikatur ist eingetroffen. Ja, okay. Der ist eingetroffen. So. Vielleicht sagt er deswegen nichts mit dem Aktivierungswort. Achso, das kann gerade nicht abgerufen werden, warte, dann muss ich mal die Alexa App schließen. Und dann öffnen wir sie nochmal und Einstellungen, Geräte, Odins, Aufmerksamer Modus. Den kann ich euch empfehlen, macht den an, dann versteht sie euch besser. So. Celsius Kilometer, Sprache Deutsch, Info, Aufmerksamer Modus an, Aktivierungswort. Ich kann das Aktivierungswort gerade nicht ändern, warum auch immer. Ich mach mal Bluetooth wieder an, aber das sollte es eigentlich nicht sein. Neues Gerät, Echo Dot. Jetzt hat er mir auch angezeigt, ein neues Gerät ist da. Verbunden über mein Echo Dot, Odins Echo Dot? Wieso ist das? Hä? Mach mal löschen. So. Echo Dot wurde gelöscht. Jetzt sollte das auch gehen, da war irgendwie ein doppeltes Echo Dot drin. So. Machen wir einfach mal Trick 17. Also das hatte ich noch nicht. Wir machen einfach mal den Stecker raus. Den Stecker wieder rein und jetzt werdet ihr gleich sehen, dass hier wieder leuchtet. Das ist das letzte Mal bei den Schrauschen rein. Achso ich glaube ich weiß woran es liegt. Moment. So, ich musste nämlich den FireTV Cube im Schlafzimmer anmachen. Weil wenn ich den Namen jetzt hier ändern möchte und das Gerät nicht an ist, gibt es Probleme. So Schlafzimmer habe ich jetzt hier zum Beispiel auch. Ich habe jetzt hier Flur, Echo Dot Flur, Kinderzimmer, FireTV Box 1 und Echo Dot Kind. Schlafzimmer, FireTV Cube Schlafzimmer und Echo, also Odins Echo Dot. Wohnzimmer habe ich, ja die anderen sind ja auch noch angemeldet, Aktivierungswort kann nicht abgerufen werden. Bitte versuchen sie es in ein bis zwei Minuten erneut. Okay. Wohnzimmer habe ich FireTV Cube. Wohnzimmer dran, FireTV Cube 2, 3, FireTV Stick. Das kann ich eigentlich bearbeiten. Wohnzimmer. Wohnzimmer bearbeiten. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel FireTV Box 2 drin. Das kann löschen. Das kann gelöscht werden. FireTV Box 3 löschen. So. Mensch. Ich habe Wohnzimmer gelöscht. Scheiße. Wohnzimmer. Wohnzimmer weiter. So. Im Wohnzimmer möchte ich gerne haben, wir haben den FireTV Cube Wohnzimmer. Dann, oh shit. Dann ist hier ganz viel, was ich hier noch drin machen muss. Ich muss dies... Fenster auf, Fenster zu. Ich mache nämlich gleich die ganzen Routinen jetzt mit hier rein. Fernseher. Kinderzimmer, Heizung, Kinderzimmer, Heizung, Kinderzimmer, Heizung, 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 TV, Steckdosen, Küchenradio, LED. LED ist auch hier drin. Raumtemperatur, Raumsensor, Roborock ist im Flur. Soundbar, Soundbar. Steckdose 1, 2, 3, 4. kommen alle hier rein. Die anderen habe ich noch nicht dazu gefügt. Temperatur, Thermostat, TV Steckdose, TV Steckdose aus, Wohnzimmer, Heizung, Wohnzimmer 1. So. Speichern. So und jetzt habe ich halt Wohnzimmer hinzugefügt mit den einzelnen Geräten. So. Das ist jetzt hier unten. Und da sind dann halt die ganzen Geräte dran. Und da kann ich dann halt alle... Das sind halt Regeln. Und dann kann ich die ganzen Geräte an- und ausschalten. Zum Beispiel hier. Fenster auf, an. Fenster zu. Das sind halt Regeln. Da passiert jetzt nicht wirklich was. Aber ich habe es halt mit drin gemacht. Ich habe in meiner Devolo App Regeln festgelegt. Wenn das Fenster auf ist, soll die Heizung ausgehen. Ist das Fenster zu, kann die Heizung angehen. Und dann habe ich halt Unterregeln festgelegt. Das heißt praktisch, was abgerufen wird. Fenster auf ist ein Befehl, der abgerufen wird. Und der eigentliche Befehl sieht dann so aus. Heizung, also der Raumsensor guckt, es sind 19 Grad. Sagt er, ist okay. Der Raumsensor guckt, es sind 17 Grad. Also ist es zu wenig, weil ich 19 Grad eingestellt habe. Ich möchte nur 19 Grad haben. Dann trifft die Regel Fenster auf in Kraft. Das heißt, der Raumsensor sagt, es ist zu kalt. Die Heizung muss angehen. Aber bevor wir die Heizung anmachen, überprüfen wir den Sensor am Fenster. Der sagt Fenster zu. Dann sagt er, okay, Heizung an. Sagt der Fenstersensor natürlich Fenster auf, geht da nicht weiter und macht nicht die Heizung an. Ich kann aber komischerweise mein Aktivierungswort nicht ändern. Ich muss mal gucken, kann auch an Amazon direkt liegen. Ne, hier kann ich es ändern. Also bei dem Echo bei meiner Tochter kann ich es komplett ändern. Okay, dann wollen wir mal hier Trick 17 machen. Geräte. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das Echo. Ne, Quatsch. So, alle Geräte. Und dann gehe ich jetzt hier einfach mal auf den Echo Dot Flur. Echo Dot. Da, oh, den ist Echo. Und dann löschen wir den einfach mal raus. Den ich gar nicht rauslöschen kann. Abmelden, ja. So, ich habe den jetzt abgemeldet. So, und somit dürftet ihr jetzt hier nicht mehr drin sein. Also ich habe ihn jetzt komplett deaktiviert. Also zurückgesetzt. Also das Problem hatte ich bei dem anderen nicht. Aktivierungswort kann nicht geändert werden. Bitte versuche es in ein bis zwei Sekunden. Okay. Also das hatte ich bei dem anderen nicht. Da habe ich einfach angeschlossen und das ist gleich gelaufen. Und auch den im Flur. Ja, der ist noch nicht bereit. Das kann eine Minute dauern. Jetzt ist er gleich so weit. Wundert mich auch. Der im Flur, den habe ich bekommen. Der war sofort angemeldet. Auch der von meiner Tochter. Die hat den ja gleich, hat sie ja zu Weihnachten gekriegt. Den hat sie gleich mit ins Zimmer genommen und gleich angeschlossen. Und dann gleich A-Punkt, mach Musik. Und da hat sie gleich gemacht und so eine Schoten. Also da brauchte gar nichts machen. Ich habe den im Flur nur einmal so wie jetzt zurückgesetzt, um zu testen, wie es ist, wenn man den wirklich anschließt. Aber so eine... Hello. Your device is ready for setup. Just download the Alexa-App and follow the instructions. Hallo. Dein Gerät kann jetzt angerichtet werden. Da. Jetzt ist es. Lade dazu die Alexa-App runter und folge den Anweisungen. Bonjour. Jetzt habe ich hier praktisch Anweisungen, die ich vorher nicht hatte. Weiter. Weiter. So, jetzt fragt er halt nach Netzwerk. Jetzt muss ich halt mit dem Netzwerk sein. So, jetzt habe ich mein Netzwerk ausgewählt. Mach mal ein bisschen mehr so. Dann sieht er vielleicht ein bisschen besser. So, jetzt ist jetzt verbunden. Dein Echo ist bereit. Dann haben wir hier wieder mit den Einstellungen, also mit den Informationen. Und ich möchte ihn im Schlafzimmer haben. Weiter. So. Jetzt sagt er mir natürlich über die App hier, dass ein Echo Dot da ist. Da kann ich jetzt einen Namen bearbeiten, verbunden mit über Odins Echo Dot. Keine Ahnung. Aktiviert ist er. So. Und wenn ich jetzt hier auf Einstellungen, Geräteeinstellungen, und dann haben wir hier wieder Odins Echo Dot. Dann gehen wir rauf. Und dann Aktivierungswort. Jetzt geht's. Jetzt ist das Aktivierungswort A Punkt. Möchte ich auch auf Echo zum Beispiel haben. Dann seht ihr, dass es hier leuchtet. Und jetzt ist es umgestellt. Ich möchte aber auf Alexa haben. So. Und dann können wir dann auch hier zurückgehen. Aber wie gesagt, da müssen alle Geräte im Haushalt, wenn ihr andere Alexa Geräte habt, an sein. So, LED-Anzeige will ich noch machen. Auf 70, 24 Stunden. So, jetzt ist es auch wieder schön, so wie es sein soll. Ich muss jetzt nur noch schnell Fire TV Cube Schlafzimmer. Fire TV Cube Schlafzimmer. So, da wähle ich nämlich jetzt das Aktivierungswort von A Punkt auf Computer machen. Zack. Also der von meiner Tochter heißt Computer und im Schlafzimmer heißt Computer. Der im Flur heißt Echo. Der Fire TV Cube hier im Wohnzimmer heißt Alexa. Sie heißt ja immer noch Alexa. Und der hier oben ist, habe ich dann Amazon praktisch noch frei. So. Jetzt muss ich nochmal gucken, hat er das überhaupt genommen. So. Wie gesagt, Aktivierungswort ist jetzt Alexa und jetzt können wir mal rein testungsweise einfach mal Amazon machen. So, ihr seht, dass sie da leuchtet. Alexa. Alexa. Echo. Amazon. Da, seht ihr, da leuchtet es. Und dadurch, weil wir das ja nicht wollen, wir wollen einfach... Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Wir machen wieder auf Alexa. Sagen bestätigen. Der Ring leuchtet wieder gelb gleich. Oder so. Ich mache nochmal rum, damit der seht, wie es leuchtet. So. Zack. War ganz kurz nur. Und jetzt reagiert sie halt auf A Punkt. Und wir können das hier ausmachen. Das heißt, dass er jetzt... Hoppala. Dass er jetzt auf A Punkt reagiert. Und ich muss dann halt noch in der Alexa App einstellen, dass er verbunden ist mit dem Fire TV Cube Schlafzimmer. Und dann kann ich damit auch steuern. Das ist kein Problem. Das habe ich hier schon versucht mit dem Echo dort aus dem Flur und so. Läuft eigentlich auch ganz wunderbar. So. Zum Abschluss noch einen kleinen Gimmick. Hier kann ich euch mal zeigen. Ich habe ja ihm auch selber was beigebracht. Alexa. Wer ist die beste Frau der Welt? Die Frau von Odin ist die beste Frau der Welt. Und wenn Alexa das schon weiß, dann muss es wohl wahr sein. So. Und wie gesagt, die Kommandos könnt ihr ihr selber auch beibringen und so. Das werde ich in dem nächsten Video euch dann noch ein bisschen ein paar Tipps und Tricks sagen. Weil viele gefragt haben, da Tipps und Tricks. Da kommt noch ein Video. Eigentlich ist es viel schneller anzuschließen, als was wir jetzt gebraucht haben. Weil, ab da gesehen, die Anweisungen waren ja da. Die waren vorher aber nicht da. Und äh... Katze. Katze, ja. Und bei den anderen brauchte ich gar nichts machen. Da waren die... Also doch, im Flur hatte ich dann auch so mit dem wie jetzt. Und der von meiner Tochter war gleich angemeldet. Konnte gleich alles nutzen. Kein Problem. Wenn ich mich recht erinnere jetzt. So. Nichtsdestotrotz. Wartet jetzt. E-Kopf hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden. Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Odin's Test.